Herzlich Willkommen zu Leonie Labert. Eine Minute lang so viele Fragen wie möglich. Viel Spaß! Nicht unbedingt. Also neu ist cool und innovativ, aber alte Sachen haben Tradition ist auch schön. Also man sollte die nicht einfach wegschmeißen. Es sei denn, man hat schon eine neue etabliert. Ich versuche so zu sein, wie ich bin, aber es ist manchmal anstrengender und deswegen mache ich super gerne Sprachnachrichten, weil ich einfach lieber rede als zu schreiben und ich finde Virtualität anstrengend. Ich bin lieber persönlich face-to-face. Google Maps anmachen. Im Oktober mit einer Freundin, die haben wir uns ein Bewusstsein geschenkt und wir haben uns angeschaut, der Ursprung der Welt oder so. Sehr, sehr geiles Jahresprung. Das war es wieder mit Leonie Labert. Vielen Dank für das Einschalten. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß und nächste Woche geht es weiter. Wenn ihr Fragen habt, dann schreibt sie in die Kommentare und ich nehme sie mit auf. Vielen Dank für's Zuschauen.